Na doch Die springen alle zur anderen Richtung Jetzt gehen sie raus Wir fliegen über Jasnai Aber ich kann dir jetzt schon versichern, dass da eine Menge los sein wird Ja, ich würde hier hin, raus Oh, was mache ich denn jetzt Oh, ich habe keine Splittergranate Sag bloß, im Flugzeug eine Splittergranate wäre auch tödlich Ich habe auch so ein MG gedrückt, statt Ähm, ich komme direkt Mir ist egal, welches Haus ich nehme Ja, mir ist auch völlig Also das erste Also das zweite Also das dritte Ja, ich weiß, dass meine Ansprachen manchmal blöd sind Nimmst du in der vorderen Reihe Das linke oder das rechte Nehme ganz links Das hintere Okay Dann lande ich in der Mitte Ach komm, nee Und was soll ich dir sagen Meine Entscheidung war super Weil ich habe direkt einen Dreierhelm Dafür nichts anderes Ist hier eigentlich noch irgendwas mit uns gelandet? Äh, bei dir gerade Rechts, linke Seite Was? Hier, linke Seite Achso, da drüben Achso, ich dachte bei mir auf ein Dach Gerade Ist rein, ne? Ja Da du ja immer sagst Rushen, rushen, rushen Versuche ich mich hier schon zu krippen Ja, jetzt ist Nein, die Zweierbeste sollst du mitnehmen Du Vogel Einserbeste Was? pic zw dass mich ang Bei mir im Haus liegt noch ein Zweierhelm Hab ich Ich hab auch noch keinen Rucksack Bin durch das Haus durch Das einzige Relevante war bis jetzt Eine Zweierwes und Dreierhelm Das waren nur Pistols Und irgendwelche Anbauscheiße Das hab ich noch überhaupt nicht brauchen kann Na gut, jetzt hab ich einen So, ich muss raus Ich hoffe, da sind keine Schüsse auf dich Nee, auf mich nicht Ich hab keine Ahnung, wo Hinner schießt Ich komm zu dir Ich bin nicht Schnell's Ich bin nicht Ja, ich kann das Ja, ich habe Hier ist noch ein Rucksack, das wäre traumhaft, guck aber erstmal hier unten, ach du hast die Tür wieder zugemacht, ja, dass ich da zumindest höre, wenn du erinnert bist, noch ein vertikaler Griff, äh da hinten, mhm, ich hab mir erstmal noch den vertikalen Griff, ja, kleiner Mini-Rucksack, Mini, 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 so langsam könnten wir aber mal eine Waffe, schießen die denn, verdammt, fuck, keine Waffe, nichts, ich könnte ihnen nur eine Schrotze geben, naja, besser als nichts, ne, Danke dir, warte, äh gut, zwei Schuss waren das nur, Du gehst hinten rein? Ja. Entweder haben die hier gelootet oder hier liegt echt kein Loot. Der Loot ist echt bescheiden. Wer ist da? Daher, weißt du? Bei. Ich hab, wir haben nicht eine Waffe, nicht einer von uns. Ich hab ne Umpe. Ja gut, ich jetzt auch, aber... Er ist auch noch nicht drin hier. Oh, ich nehm alles zurück. Hier ist noch ne Umpe. Ja, jetzt hab ich auch eine. Achso. Okay. Dann ist hier noch neun Millimeter Munition, ich hab nämlich eine M4 gefunden. Nice. Äh, hier, ich hab was für dich. Oh, danke, danke. Sehr gut. Wobei das Schnellwechselmagazin hatte ich schon. Ja gut, dann nehm ich das, wenn ich. Warte. So. Wie ist das aus? Jetzt sind wir aber mittendrin in der Zone. Oh ja. Ähm. Was wollen wir denn noch abfrühstücken? Und vor allem wo so die Gegner sind. Ich glaub hier, entweder noch mal ins Rote Haus gehen. Ja, guck mal rot. Wo sind die anderen beiden hin? Weiß ich nicht. Oh nice. Mini AKM. Oh, siehst du. Oh. Hier liegt noch ne Umpe. Hier liegt noch ne Erste Hilfe. Ersten. Und ich stolp dir hier mal die 7er Munition. Im Raum. Und die AKM. Danke. Oben ist nichts wirklich. Hier liegt noch ein Red Dot. Jetzt brauchst du noch ein Red Dot. Oh ja, nehm ich für die. Hier, hier vorne liegt. Ähm. Gut. Dann brauch ich das schon mal. Und ZZ, ne? War oben auch nichts mehr? Ne, oben war nichts mehr. Alles oben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab schon zwei Ers in den Koffer und du hast noch gar keinen. ich dachte du hast noch nichts ich denke mal die sind raus die werden locker raus sein und wieder zur schule gerannt weil sie wir sehen haben dass da keiner hin ist da ist ja keiner gelandet und wo? in der schule? ich denke soll ich es riskieren? soll er mal raus gehen? ne wir gehen frisch hin nach hinten soll die sich mit der schule doch vergnügen ich habe aber auch keinen treffer bekommen das macht ja nichts auch wenn es ungezielte schüsse sind wir haben keinen score zu antworten gut wollen wir über die straße hin zuhören äh Richtung stadt? ähm ja also da hin das ist jetzt nur ein holo als visier ne ja bei der mini habe ich auch nur red dot ich spiel sniper und mit dem red dot ah ja und wie viel kills? 12 ah ja du es ist äh nein guckst du? guckst du? ja nix weißt du Puchinki? ist da noch was los? stimmt ne? da werden jetzt bestimmt ein paar hingefahren sein doch kann ich mir gut drauf ja hier bei dem Bauernhaus also äh nachher steht hier auf jeden Fall gut füllen sie uns zu ne? aber sei trotzdem vorsichtig ja ich doch immer ja ich doch immer uff Headshot tot nachladen oh nice jetzt habe ich mehr die ganze U&P ist dies hier wo oh jetzt pack diese Scheiße weg 7er 7er Saiger da muss ich mal kurz so wenn du jetzt noch Muni brauchst jetzt habe ich was echt? das ist schön ja finde ich gut also you need something also wie gesagt ich habe nicht viel Schuss ja dann gebe ich dir das erst mal hier zu Ende suchen und hoffen dass nicht so viele Leute gleich kommen hier da war es auch schon der erste Kackschuss ohne Schalli eben hätte der getroffen? der zweite Kackschuss ich bin nur übers Dach gelaufen ja ah ja ähm ja Dachy und los oder? achso ja fährt oder? ja stimmt stimmt allein vorn fährt oder? ja fährt oder? ja stimmt ja stimmt alle vorn fährt oder? jetzt habe ich auch ein bisschen runtergefahren gut ähm den können wir jetzt eigentlich mit dem Dutchia mal kurz wegfahren mal kurz ja ja ich höre irgendwo ein Moped 230 steht ein äh urats und ne kiste ein drop ja von da kommen wahrscheinlich irgendwo die Schüsse aber ich sehe ihn nicht aber hinter der Mauer sieht er mich nicht also kommt das von da drüben irgendwo weit weg vorne weil ich die Schüsse nicht gehört habe ok ok die ich auch nicht nur das kugel pfeifen ja und einmal das peng ja gut wollen wir mit dem Dutchia? nur stecken ne? wo wollen wir denn hin? ja ja das war schon was war schon was ist da oben hin? hä? wir sehen da eine Markierung richtig ist sowieso da ja ich höre dich leider überhaupt nicht wo die Schüsse geht zwar mit dem Auto ok rum hat Spaß hier ist offen ja 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 erst links? erst rechts? erst rechts erst rechts ah hier ist einer so auf den Berg rauf gelaufen nicht mehr rechts mehr rechts hier irgendwo direkt vor uns da hinten an beim Haus da hinten an beim Haus hockt jetzt hier am Container genockt ok ich glaube sein Kollege ja er kommt hier gleich ich habe rechts im Auge fuck ich sehe ihn nicht ich habe den gut gut ja aber gut du lootest den eigentlich hier? ja vorher Schmerzmittel schaddy MP brauche ich nicht fuck ein 2er sagt Muni der hatte nichts der hat gewaltig 5er Munition hier gehabt hat er auch irgendein extra ähm nur ein rotpunkt Visier und das habe ich jetzt eben schon genommen ein holo kann ich dir noch hier lassen ja ich wollte ein 2er hin nach vorne nicht was hat der andere vielleicht noch was für mich gehabt? er hat auch keine guten Visiere gehabt ne die Jungs ne da fährt ein Buggy Richtung Drop ne wo stand der andere hier? war aber gut ah hier drin ist noch ein Erste Hilfe Koffer Erste Hilfe Koffer hast du jetzt nur noch 2 ne? Erste Hilfe Koffer habe ich äh 3 und genug Zeug habe ich also ich habe eigentlich genug hier 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 diese Steine sind übrigens Alpha Steine ne? musst du immer vorsichtig sein bei den Steinen hier Alpha Steine? wieso? ja Alpha Steine im Sinne von du kannst hier nicht mit dem Auto hochfahren weil du an diesen Steinen hängen bleibst du kannst zwar rüber laufen ja aber du wirst mit Sicherheit mit dem Auto da hängen bleiben also du glaubst es nicht jetzt habe ich hier gerade 3 Erste Hilfe gefunden ja dann lass mal einen rüber wachsen ja mach ich auch komm rein hier komm ja du bist draußen lass mal einen rüber wachsen so ähm oh Dacia und zurück wa? obwohl ne lass wir können laufen ich wollte grad sagen ich würde und werden jetzt mehr fahren also Richtung Drop ist gerade Drop äh ist ein Buggy grad gefahren ich habe auch nicht gesehen ob da bestückt war oder nicht bestückt war hier hat er noch einen Energy drin liegen lassen hier liegt ein kaputtes Moped damit sind sie wahrscheinlich hergekommen ah es läuft einer bei dir Richtung Norden über offenes Feld lass sehen zwischen den Bäumen ich weiß nicht mehr ich habe ihn nicht mehr entblick ja zwischen den Bäumen jetzt ich weiß nicht ob ich schießen soll nein ja er schießt aber auf mich auf wer denn zurück alter der hat mich ausgenauft wie das denn ich war doch schon hinter der Ecke komm ich mir rein ja ich komm ich kribbel runter ich kann nämlich leider nicht sehen aber ich bin eigentlich bin ich safe gehen kann nämlich nicht ja lass mich dann nochmal kurz durch willst du denn gucken woher kommt woher kommt in den Bäumen rechts steig da nein kommt er nicht zwei Leute du musst dich schnell hier ne ja 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 wir gucken beide her kommen die beide? ne wir gucken beide her so gucken aber wir werden woanders beschossen von ah sitzen immer noch rechts ja 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 da sitzen sie ja ja wir müssen uns einen anderen Weg suchen wollen wir das komm her wir nehmen das kaputte Motorrad und fahren weg ne warte ah man ich konnte nicht weg weil da einer auf mich gezielt hat alles gut alles gut die laufen weg ah Leute ja die laufen weg aber ich bin wieder down das ist ein Long Range Sniper ich hab keine Ahnung wo der sitzt ach der läuft gerade zu den anderen Jungs hin ja aber die anderen Jungs kommen gerade zurück ja du fällst grad weg ja du fällst grad weg ja ja safely ja ja Ich muss ja um über 27 Leuten noch so in die Zone reinzutonnen. Ja, was? Wo soll ich hier? Keine Ahnung. Alter, wie passiert der denn? Halt mal da vorne irgendwo an. Hier? Ja, irgendwo hier, könnte ich die ganze Zeit fahren, aber das ist ja klar, das ist ja nicht. Ah, direkt beim Haus. Ja. Oben? Nein? Ja, 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 oben. Ja, wir sehen, ja. Ohne Suchheiße, das spielt scheiße. Da hinten schon. Ja, da hinten. Was ist das? direkt ja nicht dass hier noch eine Splittergranate explodiert ja ich hab nur die beiden gehofft oh nice ey oh hat er der geilen Stuff das kannst du nehmen oh danke hallo ich hab im Teil Rucksack 3er Helm von innen ok wenn du irgendwas doch nicht mehr brauchst vielleicht Charlie, äh mir oder so ok jetzt würde ich da doch mal reingucken Halt, 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 halt auch kein... Ah, da hinten ist einer den hol ich mir Ist da hinten hier aufs Feld Ich sehe gerade wieder überhaupt nichts Jetzt siehst du, ne? Ja Keiner aus Mhm Ja Aber wir müssen in die Zone Oh fuck, ich weiß nicht, woher hinten Gehen sie zum Häuschen? Auf jeden Fall aus, hier ist nahe kommen sie welche Wahrscheinlich War vielleicht auch unschlau, aber Wollt gerne einen Kill haben, noch 10 Leute Alles gut Wisch dich hoch mit euch Ja Ja Das hat vor, hier ist nahe Ich glaube, da sind nicht mehr so viele Ne, es sind nur noch 8 Gegner Schau mal kurz mit nachschauen, ob ich irgendjemanden erkenne Aber Ah, da ist einer Magst du mir sagen, wo du hinschießt? Entschuldigung Ähm, Mauer ganz ganz rechts Rechtsmauer, ne? Sorry, ach ich... Ganz ganz rechts Tut mir leid Ah, ist wahrscheinlich schon weg Nein, aber ich sollte nicht mehr hier schießen mit nem Dings Ja, fuck, ich muss ja auch, äh Einer ist hier direkt Hinter dir, ne? Achso, war hinter mir Ja, hier Ach da, alter Hat er uns nicht gesehen? Nein Was? Äh, rechte Seite haben sie gerade einen gekillt Also da wird auch irgendwann da sein Wir verschwinden mal hier weiter ins Grüne Ja, sicher auch so Das hier aber noch sich einer verkennt, ne? Ich glaub den Frieden noch nicht so ganz Könnte doch da oben sein, oder? Ich weiß es nicht Du musst da raus übrigens, ne? Oh, oh ja, danke Okay Ich bin ja selber schon ganz knapp Vorm Baum in der Zone Ich glaub bist du in der Zone Ich bin jetzt in der Zone Aber ich muss halt vor den Baum Da kommt einer Ah, ja Da ist noch einer Aber er muss, ne? Er muss Nicht auch fixieren Nicht, dass von woanders vorne kommt Er kommt Gut Ein Gegner noch Der muss ja bald hinter uns sein, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, wo er da sein könnte Ich geh nochmal ein bisschen weg von dir Aber der hinter uns ist ja auch nichts mehr, ne? Hey, der kann nicht Der kann hier nur vor uns irgendwo sein Ah, ich seh ihn Oh Direkt beim Baum Vorderen Baum hier Okay Ja Ich weiß wohin du schiebst Wenn er piekt, ist er Gut Nice Oh, schönes Game Ja, das war ein gutes Game Schönes Game Das war ein schönes Game, ja Und du hast glaube ich auch